Yo Leute, willkommen zurück bei Never Super Mario Bros. DS. Beim letzten Mal haben wir bei Welt 8 aufgehört Leute, jetzt geht es weiter mit der Level 4 von Welt 8. Mit Luigi. Ja, Angry Sun und Angry Mond ist dabei. Das wird jetzt richtig krass. Oh Mann, warum hab ich mein Backup nicht genommen? Egal. So, ich schaffe, wir können die auch so besiegen. Ja, haben wir geschafft. So, ich muss mich beeilen, bis der jetzt kommt. Ich glaub, der kommt jetzt wieder. Und hier ist der Starcoin. Was haben wir eigentlich hier? Wow, das war knapp. Einen hätte der mich ja getroffen, ne? So, da ist der Checkpoint. Da oben ist ein Schild. Was haben wir hier? Ja, der zweite Starcoin. So, was haben wir hier? Feuerblumen nehmen wir mit. Soll ich wieder wechseln? Ja, komm, warum nicht? Ja, wir können die ja so besiegen. Ja. Aber ich muss mich beeilen, bis er kommt, ne? Wow. Ja, ich hab den getroffen, der mich nicht, ne? Also, der hat mich getroffen, ich bin nicht. Wow, was sag ich da, ey? Das Gegenteil, hab ich gerade gesagt, ne? So, da sind die beiden diesmal. Krass. So, ist der dritte Starcoin? Boah, es war wieder knapp. Egal, weg hier. So, geschafft. Maggot. Was für ein Level, ey. So, jetzt kommt ein Boss-Level, deswegen gehe ich erstmal... ...einen Riesenpilz holen. Da haben wir ein Riesenpilzhaus. Da können wir den Boss direkt fertig machen. So, ich nehme schon mal Mario. 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 Ich bin voll gespannt, wie das neue Spiel sein wird, Leute, mit Mario. Super, äh, wie hieß das? Super Mario Wanda, ne? Was für ein Name. Aber irgendwie erinnert mich das an so Rayman und so, ne? Die haben das fast so ein bisschen so abgeguckt, ne? Wo alles gemixt haben die diesmal. Also, das mit Rayman meine ich dieses neue... ...Dings, äh, Power-Up. So. Dings, Dings, Dings. Konnte wieder nicht reden. So, ich, ich, ich glaube, ich bin hier vorsichtig. Und scrollen, der will, deswegen. Was war da? Ich glaube, hier ist ein Gegner gewesen oder so. Oder das hier war er hier. Boah, das rutschte, Mann, ey. Ich hasse das, ey. Hier war ein Boomerang, Bro. Jetzt ein Starcoin. Oh, den hab ich noch bekommen. Boah, das war knapp. Boah, das war auch cool, die Aktion. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, Leute. Deswegen hab ich die auch fertig gemacht. Weil ich hab das Spiel schon mal gespielt, hab ich ja euch erzählt. Deswegen kommt mir das irgendwie so bekannt vor. So, wo ist der zweite Starcoin? Hier? Ja. Können wir eigentlich Leben hier machen? Nee. Ich glaube, hier müssten wir schnell sein, ne? Was war hier? Hab ich jetzt wieder nicht gesehen. Egal, hauptsache, uns nicht treffen lassen. Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag nichts mehr dazu, mit treffen lassen. Was für ein Scheiß. So, der dritte Starcoin fehlt. So, jetzt fahren wir alle. So, rein. Dann können wir den Boss direkt fertig machen. Mauser Junior, bist du's? Ja. Oh, dieser Maulwurf. Ja, ich nehm schon mal meinen Power ab. Riesenpilz runter. Weg mit dir. Dann dauert das ewig. Ja, nehmen Sie mit. Kannst du mit nach Hause nehmen. Hammer. So, Leute. Wir nähern uns das Finale. In das Finale. Und ich weiß nicht, ob ich diese Level alle wieder schaffen werde. Weil ich werde den Part dann kürzer machen. Das ist das Ding, ne? Mal gucken, bis wo wir kommen. Ob ich das alles hinbekomme. Weil es kommen jetzt bestimmt richtig schwierige Level. So, mit Luigi geht es weiter, Leute. Okay. Oh Gott. Meteoriten sind das, ne? Bestimmt. Und wir haben nix jetzt dabei. Ja. Ja, genau. Du hast mich auch getroffen. Ah, hab ich nicht erwischt. Ja, genau. Wir sind gleich tot, Leute. Ich beeile mich mal. Ja. Ich wollte mich beeilen, aber die Meteoriten kommen, ne? Zum Glück habe ich noch geschaut. Und wir sind gestorben. Oh, scheiß. Hothead, ey. Boah, wieso hole ich mir nix? Egal. Wenn ich jetzt wieder sterben sollte, gehe ich mir was dann holen, Leute. Boah, das mit dem Brütschen, das ist so nervig. Alter. Ja, wir sind 100% tot. 100%. Hier haben wir nix. Alter. Ja, dazu sagt man nix mehr. Oh, Mann, ey. Ich verstehe das wirklich nicht. Wegen dieser scheiß Platten 100%. Weil die Platte hat sich nach hinten bewegt und wo ich gesprungen bin, habe ich den Meteoriten getroffen. Oh, Hammer, Bro. Einerseits perfekt, ne? Wir können dann alles kaputt tauchen. Kaputt treffen. Ja, wofür sind die Pilzhäuser da, Leute? Ich habe ja fast alles benutzt, ne? Also, fast keine benutzt, besser gesagt. Ich habe alles benutzt. So, nehmen wir schon mal. Aber erstmal, ja, nehme ich schon mal. Ja, ich wechsle wieder zurück, ne? Ich mache das diesmal langsam. Ich sage langsam und dann bin ich wieder arschschnell. Ja, Leute, die Meteoriten treffen nicht sonst, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ey, ich bin sogar kurz gesprungen, ne? Aber wo ist jetzt der Checkpoint? Ah, hier. Boah, es war wieder knapp. Egal, wir haben die Feuerblume. Wow, weiter. So. Haben wir den Stuckhälen? Was ist das für ein Level, ey? So, hier haben wir den. Noch eins da, kein. So. Nehmen wir mit. Jetzt muss ich hier auch passen. Ich glaube, ich gehe von oben, ey. Egal, weg hier. Geschafft. Megid. So, weiter geht's mit sechsten Level von Welt 8. Mit Mario. Oh nein, das sind diese Power ähm, Bob-Oms Wiggler, oder wie die auch heißen, ne? Okay, Scrolling-Level noch dazu. Hallo, Mario, nimm doch. Alter. Das war sehr knapp. Oh man, ich, wie kommt mir das bekannt vor hier? Es hat nicht so, wir müssen die treffen und dann bekommen wir die Star-Coints. Bestimmt, 100%. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Oh. Ich muss das Level wiederholen, ne? Ja, wenn ich, ich will mich jetzt auch nicht sterben lassen. Absolut, ach, in deinem Leben. Boah. Ja, Leute, ich wusste nicht, wann das kommt. Das ist das Ding. Gleich haben wir wieder 99 Leben. So, den Checkpoint würde ich gerne jetzt nicht benutzen. Ja, haben wir jetzt bekommen, egal. Ey, was für ein scheiß Star-Coin, ey, war das, ey. Ja, irgendwie kann ich mich an dieses Level erinnern, aber wann das kam, habe ich jetzt vergessen. Deswegen haben wir den Star-Coin noch nicht bekommen, ne? Oh, jetzt habe ich den zweiten Fehler gemacht. Soll ich das wiederholen, den Level? Ja, komm. Ich muss das Level wiederholen, Leute. Das ist das Ding. Lieber sterben, an so einem Scheiß zu machen. Ich mag nur Scheiße, habt ihr doch gesehen. Aber ich kann auch nichts dafür. Ich habe das Level vergessen. So. Jetzt weiß ich, wie das geht, zum Glück. Ja, genau. Voll umsonst gestorben. Ich habe ja vergessen, dass ich den scheiß Checkpoint mitgenommen habe, ne? Jetzt haben wir deswegen 98. Egal, ich hole mir alles nach. So, ich glaube, ich nehme die Feuerblume schon mal. Damit ich den Star-Coin mitnehmen kann. Den ich gerade nicht mitnehmen konnte. Den dritten oder den zweiten, was er doch immer ist. So, der kommt jetzt gleich, ne? Der zweite? Ja. So, brauchen wir dich, Kumpel. Ne, ich glaube nicht. Yo. Das ist doch verarsche, Alter. Alter. Ja, ich habe mich voll umsonst getötet und damit passiert nur sowas, ey. Können wir das Level nicht neu starten? Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube nicht. Eigentlich schon. Wenn ich woanders reingehen könnte. Boah, ich habe mir jetzt nur Scheiße gemacht. Ja, boah. Ich habe nur Scheiße gebaut hier. Ja, toll. Ja, wir bekommen den Star-Coin nicht, Leute. Den zweiten bekomme ich jetzt auch nicht mehr, ne? Egal, dann seht ihr jetzt, dass ich jetzt mit normalem Mario es dann schaffen werde, das Level. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich jetzt gleich sterben. Das war jetzt wieder so ein unnötiger Tod gerade. Nur wegen diesen Scheiß-Platten. Ich habe nicht aufgepasst. So, lieber soll das jetzt so bleiben. Ich bleib mal lieber hier stehen. So, dann muss ich die ganze Zeit springen. Sonst sind die Platten weg. Habt ihr ja vorhin gesehen. Ja, da oben ist was. Das ist ihm der dritte Star-Coin, ne? Ja, jetzt sagt mir nicht, wir brauchen jetzt Luigi hier. Ich weiß, wie ich das mache. So, jetzt muss ich jetzt rüberspringen. Und jetzt wieder rüber. So. Ja, jetzt sagt mir nicht, wir bekommen das trotzdem nicht. Ja, fuck, ey. Leute, sagt mir nichts. Ich, ich hab, ich sag nichts dazu. Komm. Wir haben alles da, kannst du nicht mitnehmen können. Aber Hauptsache, wie ich jetzt Leben bekomme, hoffentlich, hab ich auch nicht bekommen. Ich mach das jetzt so, ich geh jetzt zu meinem Pilzhaus wieder. Oh, Mann, ey. Erstmal gehen wir zu einem Pilzhaus. Ja, soll ich den direkt nehmen? Ich weiß nicht, ey. Ich glaub, ich lass den schon mal, weil vielleicht können wir den noch gebrochen. Deswegen geh ich erstmal zum Welt 2. Und nehm den mal direkt mit. Boah, ey, was für ein Level, ne. Naja, egal, Leute. Ich muss den Part so kürzer machen. Dann kann ich auch die Finale dann reinpacken da, ne. Ja, wow. Gibt gar nichts. Gibt doch einfach gar nichts. Soll ich noch einen benutzen? Ich weiß nicht. Stellt euch das mal vor, der gibt jetzt gar nichts mehr. Ah, da haben wir noch. Ja, wir haben noch viele, Leute. Warum nicht? Stellt euch das mal vor, der gibt jetzt das gleiche. Oder Mini-Pilz. Wenn das noch Mini-Pilz gibt hier. Ja. Ja, besser. Tausendmal besser. Wir brauchen das jetzt aber nicht in diesem Level. Aber ich werd das benutzen dort. Damit ich die Feuerblume dann benutzen kann, ne. So, wie viele Level haben wir denn noch vor uns? Den, den, den. Ja. Den könnte ich noch machen und dann die anderen beiden ins Finale packen. Boah, ich hab was Falsches gedrückt. Ich wollte hier ein Make-Up-Trick benutzen. Das ist das Ding, ne. Bin daran gewöhnt. Oh, shit. Wartet, wartet, wartet. Shit, shit, shit. Oh, Mann, ey. Ich bin in einem anderen Level reingegangen. Oh, nein, ey. Wow. 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 Ey, was passiert jetzt, Alter? Struggle pur, ey. Ja, den, den One-Up-Haus benutze ich gleich, wenn wir den Park beenden. So, erst mal. Schaut euch das machen, Leute. Das hat mich einfach verwirrt. Oh. Egal. Da haben wir ein lustiges Moment dann, ne. Ja, ich muss das mit Mario machen. Dann mit Luigi gleich. Schaut euch. Schnell. Ich brauche eine Feuerblume. So, gleich kommt das. Ich muss aufpassen. Hier noch nicht. Hier vielleicht, ne. Nein, noch nicht. Aber hier könnte es gleich kommen. Ja, Mario. Vollidiot. Spring doch. Hier. So, den ersten Stuckern haben wir. Zum Glück endlich. Was für ein Level, äh, wirklich. Ja, Leute. Wenn man alles Bescheid weiß, ist das Level auch richtig einfach. Wirklich. Ja, genau. Egal. Wir bekommen, glaube ich, sowieso gleich Feuerblume wieder, ne. Ja. Ja, brauchen wir den? Nein. Nein. Den? Auch nicht. Ich warte jetzt extra. Den brauchen wir auch nicht. Den auch nicht. Den aber. So, jetzt haben wir zwei. Ich muss hier aufpassen. Den brauchen wir nicht. So, die Platten. Ich muss jetzt wieder aufpassen. Ja. Eigentlich muss man immer aufpassen, Leute. Vergiss das nicht. So, der dritte Stuckern ist hier. So, jetzt muss ich rüber. Geschafft. Was haben wir hier? Feuerblume. Ja, komm, ich nimm den. Ja. Boah, ich dachte, der kommt runter. Haben wir alles. Habt doch gesagt, Leute. Eigentlich ist das leicht. Ich hab mir das nur richtig schwer gemacht. So. So, ich mach den Part. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaub, das letzte Level ist schwer. Deswegen könnte ich den noch machen. Ne, ich geh wieder zurück. Ähm. Ich wollte gerade überlegen, ob ich den One-Up-Haus besuchen sollte. Aber. Ja. Dazu nehme ich keine Zeit jetzt, ne. Weil ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt. Deswegen. Ich hab ja alles wieder vergessen. Ja, genau. Der Idiot, ey. Scheiß Ding. Hat mich getroffen. Also. Mein Kopf. Ich hab mir meinen Kopf gestoßen. Da drüben. Ich würde dir was jetzt nehmen, aber dann bleibt das bestimmt hängen. Aber ich nehm jetzt was. Vorsicht halber. Oh shit. Das war knapp wieder. Alter. So, wir haben den Checkpoint erreicht. Meine Güte. Was für ein Level wieder, ne. Ich muss jetzt hier. Ich glaub, ich muss richtig achten. Oh mein, dieses scheiß Starcoin. Oh, zum Glück bin ich Luigi, ey. Ich hätte das mit Mario bestimmt nicht geschafft. Gebe ich zu. Ja, ich nehm das mit. Den Leben, ne. Ja, genau. Was ist das denn für ne Scheiße hier? Stern. Boah, ich wollte durchrennen, ne. Verlängerung. Ja, genau. Was für ne geile Verlängerung. So, geschafft. So, ich überleg gerade, ob ich diesen Level auch noch machen soll. Ähm, wir haben noch drei Level dann mit dem Finale. Also mit dem letzten Level. Deswegen, ne. Ich wird den Part jetzt gleich beenden. Aber bevor ich. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Ich wollte gerade zum One-Up-Haus rennen. Aber schaut euch das mal. Wir kriegen sowieso zwei Leben. So oder so. Ja, komm. Mach ich nicht. So, Leute. Das war's mit dem Part. Wir sehen uns dann bei meinem finalen Part dann wieder. Wenn es wieder heißt. Never Super Mario Bros. DS. Ciao, Leute.